Heute im Burger ABC B wie Bewerbung Das ist Walter, das Mammut. Walter möchte gerne eine Ausbildung im Autohaus anfangen. Er weiß aber nicht, welche Berufe es im Autohaus gibt und wie er sich bewerben kann. Zum Glück trifft Walter auf Bewerbungs-Jessie. Sie erklärt ihm alles genau. Im Autohaus Burger kann Walter folgende Berufe erlernen. Kaufmann für Büromanagement, Automobilkaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist und Kfz-Mechatroniker. Bewerben kann er sich über unsere Homepage, per Post oder per Mail. Also, mach's wie Walter und bewirb dich jetzt für eine Ausbildung im Autohaus Burger. www.autohaus-burger.de slash über uns slash karriere